Ah, ah, ja, 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 ich nehm auf, guten Tag, Leute. Oh, 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 okay. Nein, nein, so klingt das bei mir. Richtig, ich hab ja auch nett gesagt, dass ich grad unter den Tisch gekommen bin. Ja, bis halt über den Tisch gekommen. Oh, wir haben Latexhandschuhe an. Ich hab Latex ganz woanders. Für die ärztlichen Sachen. Für die tiefergehenden Untersuchungen. Oh ja, je nachdem, ne? Ich weiß, ich bin mal wieder schlecht. Ja, ich seh ja nett, wie schlecht ich mich hier anstelle. Das war ein bisschen... Weiß, weil irgendwas explodiert. Das war grad ein bisschen was feuriges und explosives. Kaboom! Oh, wie gestern, ey, beim Zocken. Also das hast du nicht mitgekriegt, weil dein scheiß Internet die ganze Zeit abgeschmiert ist, ja? Immer wenn das... Ah, Bombe! Voll eine Bombe! Ja, genau. Alter, hab ich wieder weggesprungen, weil es... Ah! Ja, 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 red weiter. Du bist scheiße, ich hab's vergessen. Also was, was, was? Ich hab's vergessen, sagte ich. Du hast irgendwas mit einer Bombe gesagt gestern, was ich nicht mehr mitgekriegt hab. Achso, genau, ich hab da ständig... Ach, nee, das ist nicht lustig, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es nicht lustig. Doch, bitte sag, jetzt bin ich fucking neu. Alter, jetzt sind wir alle neu. Jetzt sind wir alle neugierig. Niemand ist neugierig. Das war nur gestern während dem Zocken lustig. Jetzt will doch, egal, grad wolltest du es auch sagen. Ja, aber jetzt, wo ich drüber nachgedacht hab... Ähm... Applaus, Applaus, er hat nachgedacht. Danke, ich am Wochenende nachdenken, dass es dir heute noch nett passiert. Ja. Stimmt schon. Jo, ich weiß. In erster Linie kann ich's nett mehr sagen, weil ich's vergessen hab. Oh, ich hab nur noch sechs Schuss. Mach mal die Tür auf. Deine Mom macht die Tür auf. Deine Mom macht doch noch was ganz anderes auf. Jeden Abend. Oho. Welche meinst du denn? Hier zum Speedcooler, oder? Nee. Genau. Ja, ist ja gut. Die brauch ich auch jetzt. Ja, ich weiß. Weißt du? Weißt du? Äh, jetzt hast du ja voll so vor, ey. So voll Vorteil und so. Alter. Am Arsch. Ohne Spaß, die Pistole ist genauer als das scheiß SMR-Ding. Ist er auch. Oh, ich freu mich so auf dieses scheiß neue Zombie-Map. Ich bin so... Oh, Vorfreude ist die beste Freude. Äh, nein, Schadenfreude. Nee, doch. Hast du dich schon mal so richtig kaputt gelacht, weil einer auf die Fresse geflogen ist? Ja. Nee, immer nur über mich. Weil ich auf die Fresse geflogen bin. Das ist auch gut. Ja, und das Schlimme ist, meistens lache ich schlimmer und länger und lauter als die anderen darüber. Ich sagte... Nicht... Ein energisches Pädobär lachen. Okay. Energischer Pädobär... Er hat mich wie er sich durchsetzen kann. Fangen die. Jetzt ist er weg. Oh, das sah voll geil aus. Fangen die. Jetzt ist er weg. Achso. Fangen die. Oh, das war ein bisschen fällig. Ach, er ist trotzdem weg. Er ist trotzdem weg. Okay. Okay, das musste sein. Alter, wo sind denn hier Zombies? Ich höre die ganze Zeit nach dahin. Am Anus der Welt, ey. Nein. Oh. Geh weg. Deine Mama will haben, Alter. Ich freue mich so scheiße auf diese scheiß neue Zombie-Map, ey. Oh, das wird die beste Zombie-Map ever. Okay. Sollte ich mal anfangen mit DLCs kaufen, gell? Ja. Immer so eine Maßnahme. Also die Mappen, wenn ich ehrlich bin, die Maps, die es jetzt bei dem DLC gab, sind scheiße. Oh. Ich finde die echt langweilig. Außerdem kommen die nie. Die haben das ja rausgemacht, dass du extra auf so ein DLC-Ding da klicken kannst, dass du DLC-Maps nutzen kannst. Ich weiß. Alter, das regt mich so auf. Nein, jetzt musst du ja hoffen, dass das in einem Public-Game irgendwann mal kommt. Was finde ich so behindert, ey? Dafür kann ich auch Treyarch einfach mal kloppen, ey. Kannst du ja mal versuchen. Sieht bestimmt lustig aus. Ich Treyarch verkloppe. Ja. Okay, ich mach ein Video davon. Gerne. Ich hab gute Laune. Oh, ich bin fast direkt vom Treppe runterspringen. Ja, sicher. Echt? Ja. Oh. Oh. Oh, ich lass grad voll den Kack-Noob raushängen. Was? Du lässt grad einen Kack-Stift raushängen. Kack-Noob. Entschuldigung. Du hast auch so einen Kack-Stift. Weiß ich. Ich mal grad damit über den ganzen Stuhl. Oh. Alter, ich glaub hier die Folgen werden mal lustig. Oh, no, 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 no. Ja? Was? Die Folgen werden mal lustig. Ja. Ausnahmsweise mal. Ey, die anderen sind ja auch lustig. Nur diesmal labern wir halt auch noch. Nein, die sind ernst. Das ist nicht zum Lachen, die anderen Folgen. Okay. Ja, wenn... Mit den anderen Folgen müsste man eigentlich echt mal ganz ernsthaft zum Arzt gehen. Okay. Und mit was für nem Syndrom? Adios. Was? Adios. Ich wollte grad Zehen-Syndrom sagen, aber... Was? Was für ein Syndrom? Zehen. Zehen-Syndrom. Ja, ich wollte nicht Daumen-Syndrom. Also weil Daumen-Syndrom nicht so anfängt wie... Daumen! Tut mir leid. Du hast nicht von Anfang an gewohnt. Äh, halt's Maul. Jetzt hast du's weggegangen. Es ist, äh, vorbei. So... Freundlich gesagt. Loool. Verreckt ihr einfach mal nett hier. Geh... Geh... Gesundheit. Oh, es tut viel leid. Ich hab gemessert. Ist überhaupt kein Problem, find ich grad richtig. Headshot. Oder Headknife. Okay. Okay, ab jetzt wird die S12 scheiße. Oh. Oh. Willst du was Neues? Ja. Will ich. Headknife. Alter, was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Dumm. Er, hinter dir. Okay. Kommt da noch einer grad hinter mir? No. Und Todpiste. Ja. Lol. Wie kann der denn so weit schlagen, ey? Fünf Meter Entfernung. Das waren mindestens fünf Meter. Ganz toll. Sogar... Einer. Oh. Vergasen sollt man dich. Schon wieder? Alter. Alter, das ist die beste Weapon. Die du hier kriegen kannst. Theoretisch. Der ist R50. Jep. Die ich nicht leiden kann. Alter, am Arsch kannst du die nicht leiden. Ja, aber doch nett für Zombie. Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Killed immer eigentlich mit... One-Shot und das auch noch bis richtig krass hoher Runde und... Ist eigentlich geil. Okay. Dann müsstest du jetzt mal von hinten beschützen. Ja, ja, ja. Ich hab ja die Ämter. Ja, mir der kannst du auch abgehen. Ich weiß ja nicht, was du gegen die Waffe hast, aber... Ich mag die nicht. Soll ich mal einen Totenkopf einsammeln? Ah, scheiß drauf, ey. Brauchen wir nicht unbedingt. Gut, weil der ist so weit entfernt. Na, dann riskier's nicht. Ja, und jetzt ist er sowieso weg. Jetzt wär's zu spät. Ach, ist schon recht. Irgendwo räumt die Waffe schon ganz gut auf. Vollin gepuncht dann noch. Das heißt dann, was hat die dann besser oder anders? Ja, äh, mehr Damage. Das ist mir auch klar. Und je nachdem, eventuell ein Arcog und so. Ach, nice. Ich glaub, ich sollte mir langsam mal irgendwelche Perks holen. Toll. Mal gucken, was ich jetzt so für die Sniper... Aha, ne, die hast du im R, ey. Oh, das ist so ne scheiß Dreckswaffe, ey. Ich will...